Nee, den hasse ich sowas von... Der ist richtig dreckig. Wie gesagt, das ist für mich so ein Raum, da bin ich immer der Meinung, man sollte nicht drüber bleiben, sondern einfach alles raus. Ja, genau. Weil er einfach von allen Seiten reinkommt. Gesundheit! Ja, machen wir auch alleine. Ob ich jetzt da nun stehe und nur zugucke Das ist kein Unterschied. Tommi, du kennst meine Praktik. Klar, die mache ich auch immer. Habt ihr alle verstärkt? Die ist noch nicht schon mal offen. Ich hab verstärkt. Ich auch, an der Armin-Vätert war. Ist dies? Oh, klar. So. Was ist los, Tommi? Na, ich warte jetzt hier hinten. Machst du jetzt alle wieder Platz? Spiel Camper, ja klar. So wie sonst immer. Hier auf meiner Seite. Boah, scheiße, Alter. Bleib mal cool, Junge. Ja, einer an der Matte. Wo hast du deine Matte gelassen? Ja. Ich will auch nach hinten. Sehr schön, Mann. Sehr schön, Chris. Danke. Ich hatte schon Angst, ihr werdet draußen. Na, da wo ich gestorben bin, bei der Tür, kommt Leon rein. Was? Schon gut, schon gut. Okay. Feuer, Leon. Feuer, Leon. Ist nun mal in der Matte. Ist nun mal in der Matte. Ja, ja. Nicht, dass wir angehen, aber es ist mittig. Noch hier im Locker, oder? Ja. Ja, ich bin nahe zu stolz. Links. Ja, ja, schon. War nicht so laut. Ja. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Er ist… Oh, scheiße. Er ist unten an der Tür. Geht gleich rein. Oh, ist das ne Pfeife, der hat zweimal geschossen hab ich ihn nicht getroffen Ey, mein Vater Ach du krass, naja Also mein eben war auch nicht viel besser, aber eben Aber wenn du schon so ein Sniper-Visier drauf hast, ist das halt auf die Entfernung Leider der Pfeife nehmen wollen Leck dir Team reinmachen Jo, Pistole Mit der Pistole vor allem Ja, wenn du bloß einen Schuss brauchst, dann ist das überhaupt ne Ordnung Aber wenn du genug Zeit hast, auf das zweite Mal zu ziehen Die sind auch da, oder? Ne Ich glaube eine Etage da drüber, ja Da hab ich gefragt Die muss im Büro sein Mira ist auch da Kapkan Ja, sind alle Blöp A A A B A A A A A A Ich wollte nur mal kurz durch. Ja, ich habe aber schon geschossen gehabt. Das würde ich dann noch betonen, ja? Trust me. Auch wieder der Lucky Shot direkt in den Kopf, ey. Ja vor allem, ich habe nach unten gezielt. Das verstehe ich ja gar nicht. Das habe ich auch noch gesehen. Ich habe nach unten gezielt. Kopfschuss. Hast Tommy gekillt? Jep. Fingte Leistung. Ja. 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 Ich möchte ja kurz nicht schießen. Ja. Wenn du hast, leg mal lieber eine Claimer hier vor den Gangen. Ne, die hab ich schon auf der Tür hier hinten hingelegt. Hinter dir. Also, die ist rechts von dir. Ja, ich hab's gesehen. Mira wird hinter dem Fenster sitzen. Hinter dem hier? Ich glaube, das ist ein zweites Fenster. So. Mach mal einfach mal kurz einen Neustart. Bis gleich. Mach das, bis gleich. Wo ist der zweite Fenster? Da hinten. Ja. Mach mal. Sehr schön. Alter, ging. Ja. Da war sie. Ah, fuck it. Gerade geschossen. Schade, ich hätt gern die Claimers list gehabt. Hätt ich gern gesehen, wie du dich dran wärst. Wenn ihr nicht geflashblenden wollt, dann guckt einfach weg, ja? Ja, ich schmeiß Blendengranaten rein, um die da drin zu flashen. So punktuell, um die zu flashen und die ganzen Raum, weißt du? Ja. Und ja. Will ich grad reinspringen, auf einmal sehe ich mich. Bisher hättest du wenigstens einen Kill gemacht, aber nein, du stehst nie gebunden. Null Null Null. Ja. Das sind immer nur die ersten Runden. Ja, ne? Da war ja keiner drin, den ich gehen könnte. Ja, ne, wenn man die ganze Zeit oben rumtimmelt und erst dann kommt, wenn eigentlich schon alles vorbei ist, kein Runder. Hä? Hä? Ich bin doch genau dann reingepusht, wenn du auch reingepusht bist. Armin? Ja, ich wär schon, hab ich schon früher hättest du nicht immer alles geblendet. Also, du bist schuld. Nee. Das bin ich. Hast du echt schon Neustart gemacht? Das bin ich richtig fix? Jo. Gute SSC, wa? Ja. Hat jemand ne Granate? Ja, der Neustart geht ja einigermaßen bei mir, aber das Spiel dauert immer so lange, bis es startet. Okay, okay, okay. Hat jemand ne Granate? Wo willst du die hinhaben? Na, da macht jetzt leider schon Doc zu. Sehr gut. Oh, okay. Er macht doch. Der war beinahe ein Hatter gewesen. Eeeh. Eeeh. Was willst du machen? Eeeh. 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 Was willst du machen? Eeeh. Eeeh. Montagnus. Montagnus. Montagnnus. Montagnus. Montagnus. Montagnus, dann setzt sich am besten hier mit names Bart. Hallo, wer hat hier die Tür aufgemacht? Ich? Ich mach die gleich wieder zu. Ohne zu kloppen. Hier müssen noch ein paar Fallen hin. Wenn die nicht umsonst mitgebracht haben. Ich krieg die Tür nicht mehr zu. Meine Falle liegt im Weg. Einmal mit Profis arbeiten wollen, ne? Ja, deswegen arbeite ich nie mit dir zusammen. Genau. Ich hab kein Schildabend. Ich schlage die Uhr. Eine weise Entscheidung. Monty ist bei mir. Oh shit. Hinten, das Bad. Das ist offen. Da ist er schon im Bad hier. Schon drinnen? Hat rein gefälscht. Ich bin schon schnell in dem Raum vom Hauptobjective. Ja. Wow. Wenn ich jetzt zu dämlich wäre und die treffen würde. Sehr gut. Ja. Komm schon. Ich hätte auch safe machen können. Aber nein. Ich will 96 Leben verlieren. Ja, ich weiß. Ja, der ist hier oben direkt bei mir. Da sagt er was. Ja, das hat sich gar nicht erst so ergeben. Ist der draußen? Nein, der steht jetzt vor mir. Der steht einen Meter vor mir. Ja. Du Arsch. Ja, sorry. Geh abstauben. Die Anspannung müssen wir hier, ey. Das war mal. Äußerst lucky. Wer klaut da mit denen auch noch? Ja. Ich brauche mir nix überhaupt nicht. Okay. Na, da war es mal ab.